Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir haben hier im letzten Part eigentlich schon ziemlich gut aufgeräumt, war teilweise so ein bisschen knifflig, aber wir haben es ganz gut gelöst. Und nun müssen wir durch diese Festung, sag ich mal, durch, wo noch sehr, sehr viele Gegner auf uns warten. Ich meine, es war ja klar, dass da noch welche nachspawn, ansonsten wären die Drachenadern ziemlich unnütz gewesen. Die Sache ist, wir haben hier eine Drachenader, wir haben hier eine und wir haben hier vorne eine. Das heißt, potenziell können wir denen gleich dreimal Schaden zufügen. Wenn das guten Schaden macht, können wir danach wahrscheinlich einfach durchmarschieren, wenn die alle nur noch wenig KP haben. Aber da müssen wir mal gucken. Erstmal müssen wir da überhaupt reinkommen. Geheilt sind wir soweit alle. Die Sache ist nur, gut, durch die sollte ich eigentlich ganz gut durchkommen, weil die ja nicht gerade die beste Resistenz haben. Gut, Benni, okay, aber das sollte eigentlich auch klappen. Zur Not, Ryoma macht alles platt. Die Sache ist, hier ist noch ein Feld, wo die nicht drankommen. Wer von da hinten kommt da dran? Du kommst bis da. Wenn ich dem Akedi mal kurz. Du kommst bis da, du kommst bis da. Ach, du kommst soweit. Okay. Sprich, dieses eine Feld hier kann ich nutzen, um den Berserker anzulocken. Der hat aber nur eine Donneraxt. Magische Waffe. Kritische Treffer nicht möglich. Es ist dann doch eine magische Waffe, die also auf die Resistenz geht. Die sich aber durch den Stärkewert... Nee, müsste ja eigentlich den Magiewert sich berechnen. Weil ich meine, der hat nun einen Angriff von 14. Und die Waffe hat eine Stärke von 14. Und er hat halt keine Magie. Huh. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so sehe, wie viel Angriff so die normalen hier haben, dass der nicht sonderlich gefährlich ist. Aber gut. Stellen wir einfach irgendwen mit hoher Resistenz dahin. Ich glaube, durch Hinoka wird er nicht durchkommen, wenn ich da so die 28 Resistenz sehe. Also Hinoka ist so ein kleines Monster, was Resistenz betrifft. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ja gut. Ich habe ja Kase. Der hat ja auch eine ganz gute Resistenz. Kayden ja auch. Azura ebenfalls. Ich glaube, Kamui und Oboru sind eher so auf Verteidigung getrimmt. Genau wie Saizo und Rinka. Und Hinoka hätte ich halt gar nicht gedacht, dass sie halt echt so gut aufgestellt ist. Ich meine gut, die Wächter-Laginata macht natürlich einiges. Aber dennoch, du musst es aber trotzdem mal kurz platt machen. Platt machen? Fast Platz machen. Weil jetzt kann ich mich von hier aus angreifen. Und alles, was eine Resistenz von 14 oder mehr hat, kriegt ja schon mal keinen Schaden. Das heißt, Takumi bekommt zwar ein bisschen Schaden, aber es ist, glaube ich, nicht so dramatisch. So. Aber ich will nicht in den Angriffsradius von Benni und den anderen rein. Das ist mir dann doch etwas zu heikel. Deswegen, ja. Mache ich das lieber erstmal auf Distanz. Wie Benni zurücktippelt. Schön. So. Ähm. Ryoma kann eigentlich auch erstmal hier stehen bleiben. Die Sache ist... Ähm. Saizo werde ich mal ein bisschen auf Distanz stellen, weil der hat keine gute Resistenz. Kase kann hier stehen bleiben. Resistenz 8. Euch packe ich mal zusammen. Weil die Sache ist, ähm, wenn die dann doch irgendwie aufrücken und gemeinsam angreifen, mit den Generälen dahinter, wenn ich nicht verbunden bin, dann können die mich ja quasi doppeln. Sprich, wenn er mit Benni zusammen angreift, dann würde ich von Benni getroffen werden können. Und das wäre natürlich nicht so gut. Deswegen, ähm, packe ich mich mal schön zusammen erstmal. Gut, Rinka hat auch nicht die beste Resistenz. Rinka kann da bleiben. Ähm. Und euch mal zusammen. Und Sakura... Sakura kann mal mit Kase zusammen. So. Yo. Egal, wen du jetzt angreifst, ist es eigentlich nicht so dramatisch. Ich meine, gut, Hayato bekommt ein bisschen Schaden jetzt. Wird sogar gedoppelt von ihm. Aber das Positive ist, dass wir halt verbunden sind, dass Benni mir halt nichts kann. Das ist ganz angenehm. Und der hat sich, meiner Meinung nach, ziemlich nett hingestellt. Ähm, Kase kann gut was machen. Sakura auch. Gut. Alles klar. Dann ist der schon mal weg. Der hatte ja auch die größte Reichweite. Dann können wir jetzt die drei oder vier hier vorne platt machen und dann in die Festung rein. Mal gucken. Also, ich denke, die Drachenadern werden uns bestimmt gut helfen. Wir müssen ja eigentlich nur den Boss besiegen. Ich gucke mal. Je nachdem, wie stark die Gegner sind, wie viel ich da mitnehmen kann. Mal schauen. Level up. Ich werde wahrscheinlich auch nach dieser Schlacht dann gucken, dass ich unsere Ersatzbank charaktere. Ähm. Hier kann ich mich um den kümmern. Okay. Äh, nein, nicht dahin. Hier hin. Das. Ja, das sieht gut aus. Aber ich werde dann mal gucken, dass ich unsere Ersatzbank charaktere noch so ein bisschen levele. Es geht mal in irgendeinem Level, aber dass ich die restlichen Supports freischalten kann. Das sind, glaube ich, bei mir noch Felicia und Silas. Und Chinatown Kagero. Subaki und Hana haben schon S und Orochi und Asama auch. Ähm. Da könnte ich noch was machen. Takumi. Oh ja. Finde ich gut. Nimm ich. Also die werde ich auf jeden Fall dann noch ein bisschen trainieren. Dass wir quasi im nächsten oder übernächsten Part, je nachdem wie lange ich hier noch brauche, die restlichen Ersatzbank Supports, äh, dass wir die dann hören können. So, die Sache ist Benni. Ja gut, Benni, ich kann ihn nicht ganz besiegen. Aber ich kann ihn vielleicht mit Setsuna, ja, ich kann ihn schon mal gut anschwächen. Benni, hm. Also seine Verteidigung ist ja eigentlich ziemlich gut. Und seine Resistenz ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber... Ich weiß nicht, so viel kann er dann doch nicht gegen mich machen. Das ist nichts Persönliches. Ich werde es kurz und schmerzlos machen. Na dann. Piu. Und piu. Gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da werde ich was machen bei den Supports. Das Unheilstor ist so praktisch, dass es den Waffenvorteil einfach umdreht. Sieht man ja auch an den Pfeilen so gut. Okay, Hayato, du darfst. Ansonsten, bei uns... Takumi und Azura müssen noch den S-Support haben. Wenn wir den nach dieser Schlacht nicht haben, werde ich da auch ein bisschen nachhelfen. Ähm, da müssten wir eigentlich direkt zwei Kinder freischalten. Weil Azura hat ja quasi als einzige Frau, außer du hast den weiblichen Avatar, auch noch ein Kind. So, und Charlotte, du bist sowieso eine Glaskanone. Die Sache ist... Die Gegner kommen alle bis hier, richtig? Hatte ich ja geguckt. Das heißt, die können auch alle nicht diagonal... Wobei... Du könntest eigentlich diagonal angreifen, aber du kommst nur bis hier. Okay. Ähm... Charlotte. Ich möchte mich da jetzt eigentlich nicht zwingend reinstellen. Aber ich denke, das muss ich tun. Wenn ich mich hier vorne hinstelle... Dann kommen einige Leute an mich dran, ist die Sache. Hoah... Lass mich mal kurz gucken. Also ihr kommt nicht an mich dran. Die Sache ist... Ihr aber. Wenn ich mich allerdings auf die Drachenader stelle... Könnte ich die klar aktivieren schon mal. Dann würde hier potenziell einer hinkommen können. Und dahinter. Sprich, einer mit einer Axt, einer mit einem Bogen. Die könnten mich dann auf jeden Fall hier treffen. Aber die anderen nicht. Das heißt, ich könnte Kami und Oboro da hinstellen. Dementsprechend... Wenn Kami und Oboro hier stehen... Hier potenziell im Bogen schützen, dann sollte ich Hinoka da besser nicht abstellen. Aber ich denke... Dass das tatsächlich nicht reicht. Okay. Das überrascht mich gerade etwas. Gut, bei Hinoka würde es reichen. Was ist, wenn ich... Ihr habt... Fünf Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ich müsste sie eigentlich auch hier hinstellen können. Ist dann zwar nicht die Drachenader, aber... Ist jetzt nicht so schlimm. Das tut ein bisschen weh. Und du hast eine ziemlich hohe Crit-Wahrscheinlichkeit. Das finde ich unlustig. Haah. Die Crit-Wahrscheinlichkeit macht mir halt echt etwas Angst. Dann doch lieber so. Die Sache ist, wenn ich natürlich da stehe, kommen viele an mich dran. Aber es ist mir besser, als wenn sie mich wegcrittet. Weil gut, ihre Treffer-Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Das stimmt. Aber 20% Crit-Wahrscheinlichkeit? Nein. Lieber nicht. Dann stelle ich mich lieber in die Gegnermassen, als zu riskieren, dass die mich wegcrittet. Aber Charlotte ist halt so eine Glaskanone. Ihr seid so nervig. Du auch. Mit deiner Crit-Wahrscheinlichkeit. So, die Sache ist natürlich... Hier kann sich jetzt einer hinstellen. Also hier kann sich potenziell ein Bogen... Wobei... Der Bogenschütze kommt nur bis da. Der Bogenschütze kann sich da hinstellen. Und der Axtkämpfer. Und mehr kommen eigentlich nicht an mich dran. Außer die wechseln natürlich ihre Waffen. Na gut. Einmal hier hin. Einmal hier hin. So. Äh, wechseln ihre Waffen? Das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, wenn die ihre Plätze quasi wechseln. Also wenn ich den jetzt platt mache, dass dann sich ein anderer dahin stellt. Natürlich triffst du dann auch mit 57%. Aber meine Doppelverteidigung füllt sich langsam. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Angriff kassiere und nochmal austeile, dann ist die erstmal wieder voll. Das geht. Und ihr könntet ja auch einfach mal verfehlen. Also 57% ist jetzt nicht so viel. Danke. Zack, Doppelverteidigung schon mal voll. Das ist gut und wir können die langsam beseitigen und Kamui geht auf Level 20 zu. Was ich eigentlich noch zu den Supports sagen wollte, bevor ich nachdenken musste. Achso, ihr macht da jetzt dicht. Okay. Ähm. Wir haben ja wie gesagt Takumi und Azura noch. Kayden und Hinoka. Die haben hoffentlich dann den A-Support nach dieser Schlacht. Und danach Kapitel 15, wo ich dann ja quasi anfangen wollte. Denn in den Kinderquests sollten sie dann wahrscheinlich auch S haben, wenn alles klappt. Das einzige ist halt Ryoma und Setsona, weil die jetzt quasi gerade erst anfangen. Aber ja, kann ich ja auch während den Kinderquests machen. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Die müssen ja jetzt nicht alle sofort den S-Support haben. Du kommst nur mit Star. Ihr würdet halt noch drankommen. Ähm. Okay. Hayato. Äh. Die Sache ist, sobald ich irgendwen hier hinstelle, mache ich ja ziemlich dicht. Allerdings, wenn ich Oboe hier hinstelle. Hm. Potenziell. Wenn ich jetzt Kamui hier hinstellen würde mit der Drachenader. Würde ja auch nicht wirklich irgendwer an mich drankommen, außer die ziehen sich zurück. Ich glaube, das mache ich auch erst mal. Wie gesagt, auf jeden Fall mit den S-Supports wird wahrscheinlich alles klappen. Vielleicht muss ich da ein bisschen nachhelfen. Uh, minus 10. Sehr schön. Ich bin halt so ein bisschen am Überlegen. Ähm. Mach mal ein bisschen Platz. Weil meine Charaktere ja alle so an der Stufe 20. Ähm. Knabbern, sag ich mal. Ob ich vielleicht, wenn ich die Ersatzbankcharaktere trainiere, so ein bisschen nachhelfen möchte. Dass ich da vielleicht noch ein, zwei Level mache. Aber sehr gut, die machen wirklich nichts. Also wie Kamui hat er jetzt auch schon, oh, das Yato wäre auch supi, ähm, so gut wie Stufe 20. Okay, den brauche ich nicht mehr einzusetzen. Aber so wie Takumi hat er, glaube ich, auch 18 oder 19 und so. Ob ich dann die letzten paar Level quasi nochmal nachtrainiere. Ich weiß, es ist immer so, ja, schummeln und so, wenn man quasi offscreen trainiert und mi, mi, mi und mi, mi, mi. Aber ich habe so viele Gegner mitgenommen. Auf den ganzen Maps. Auch wenn man sie vielleicht teilweise gar nicht mitnehmen musste, sag ich mal. Du kommst nur bis da. Sprich Bogenschütze und Axtkämpfer. Okay. Neun Schaden. Ja. Was macht er nochmal, die Silberkeule? Was hat er das nochmal gesenkt? Ähm. Stärke und Fähigkeit, aber nicht Verteidigung. Okay. Damit kann ich leben. Ähm. Ne, also wie gesagt, ich weiß, manche Leute sind nicht so begeistert, wenn man offscreen trainiert. Weil das ja quasi nicht im Part passiert und weil man sich so gut ja leichter macht. Aber ich weiß, dass manche Leute meinen, dass Hoshido auf schwer nicht wirklich schwer ist und dass Noah auf normal halt schwerer ist. Und ich denke, das stimmt teilweise für mich. Also ich glaube schon, dass Noah, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, die schwereren Maps hat und die schwereren Missionsziele. Weil hier ist es ja wirklich meistens nur Boss besiegen oder alle besiegen. Bei Noah hast du ja halt oftmals auch Verteidige, das und das. In so und so viel Runden musst du fliehen und so. Also du hast schon mehr Maps, wo du bewusst offensiv oder bewusst defensiv spielen musst eigentlich. Oder wo du Zeitdruck hast. Deswegen ja, ich denke schon, dass Noah so von den Missionszielen her und von den Maps her definitiv schwerer ist. Aber ich bin auch der Meinung, Hoshido auf schwer hat einfach viel, viel mehr Gegner auf den Maps. Also die Maps sind ziemlich überfüllt und du wirst teilweise auch so ein bisschen überrannt. Und dementsprechend musst du einfach über einen längeren Zeitraum konzentriert sein. Weil ansonsten, wenn du dir, nachdem du 30 Gegner umgekloppt hast, innerhalb von, keine Ahnung, 40 Minuten zum Beispiel, und dann machst du einen Fehler und irgendwer stirbt. Also ich finde schon, dass du bei Hoshido auf schwer über längere Zeit konzentriert sein musst. Ansonsten, ja, hast du ein Problem. So, die Drachenader bitte. Da kommt ja nur der Bogenschütze dran. Um nochmal schön zu schwächen. Hier kann ja auch niemand heilen. Kann sein, dass die eine Fähigkeit dafür haben, dass sie sich quasi jede Runde wieder heilen, aber Ergotinoka und Azura und so will ich da vielleicht nicht hinstellen. So, Ryoma kann dann die Drachenader aktivieren im nächsten Zug. Das passt schon. So, ihr rückt ein bisschen auf, könnt ihr gerne tun. Füllt ruhig meine Doppelverteidigung. Von daher gesehen, ich finde, es ist nicht verwerflich zu trainieren. Es ist trotzdem, ja, ich spiele auf schwer. Und dass man auf schwer, man hat ja auch extra die Herausforderung auf Hoshido zum Trainieren. Die sind ja nicht nur aus Deko-Zwecken da. Deswegen, ich denke, es ist nicht verwerflich, die Herausforderung zu nutzen, um da so ein bisschen zu leveln. Sowohl halt die Supports der Ersatzbank als auch die Charaktere. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, gerade die, nennen wir mal dich, die Supports der Ersatzbankcharaktere. Soll ich die jetzt in meinen Schlachten mitnehmen? Und dann können die überhaupt nichts reißen, weil die natürlich unterlevelt sind. Und das würde doch auch unnötig Stress bedeuten für mich. Und die Erfahrungspunkte würden dann verloren gehen für die anderen. Deswegen ist es für mich vollkommen legitim, das Offscreen zu machen. Äh, nehmen wir die Silberkeule. Und ich denke auch, die paar Levels zu machen. Dann gehen die Schlachten vielleicht auch ein bisschen schneller. Ich fühle mich da ein bisschen besser. Und ich, wie gesagt, ich trainiere ja keine 100 Level. Also mal gucken, ob ich das machen werde. Je nachdem, ob ich mich dann damit besser fühle. So, da ist der Bogenschütze, da will ich nicht hin. Da ist der Bogenschütze, da will ich immer noch nicht hin. Ähm, Mosu hatte aber eine bessere Verteidigung. Wenn wir mal den Langsperr. Ähm, und ihr bleibt erstmal so ein bisschen in der Tür stehen. Und dann mal gucken. Und hier ist mal quasi das Empfangskomitee weggeballert haben. Dann können wir mal gucken, was wir dann machen. Vor allen Dingen, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich mich teilweise so ein bisschen schlecht fühle, dass ich so lange für die Schlachten brauche. Was eigentlich überhaupt nicht schlimm ist. Ich meine, ich spiele ja auch nur mal auf schwer. Und auch wenn man jetzt nicht zwingend meint, dass es wirklich schwerer ist, kann man nicht leugnen, dass sehr, sehr viele Gegner auf der Map sind. Und man sich da schon viele Gedanken machen muss. Und ich bin es halt überhaupt nicht gewohnt, auf schwer zu spielen. Deswegen brauche ich sowieso ein bisschen länger. Und ich glaube, dass weiterentwickelte Einheiten mir da schon so langsam helfen würden. So. Ähm, rechts oder links ist so die Sache. Du bist ein General, du kommst bis da. Du bist auch ein General, du kommst bis da. Wir haben eine Doppelverteidigung voll. Ich frage mich noch, ob ich die Doppelverteidigung nicht lieber nutzen möchte, um den General da hinten anzulocken. Und den Ritter dann doch lieber mit Rinka zum Beispiel anlocke. Äh, sei so zur Unterstützung. Und wir können uns hier mal so ein bisschen breit machen. Jetzt sind die Bogenschützen ja hier erstmal weg. So. 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 Einer nach dem anderen. Gut, ihr kommt jetzt auch angelaufen, aber das ist nicht so schlimm. Der eine macht mir sogar einfach gar keinen Schaden. Das ist, äh, schön. So. Dann. Gucken wir doch mal, wer euch umnähten darf. Mozu. Äh. Ja, mach du das mal. Die Wächter Dagi Nata ist halt auch super praktisch. Genau wie der Illusions-Yumi. Der Yumi. Das Yumi. Der Yumi. Der Bogen. Ich weiß es nicht. Ist halt auch super angenehm. So. Ähm. Setsuna. Kannst du da was machen? Leider nicht so viel. Azura. Kannst du... Nein. Äh. Caden. Möchtest du? Nein. Äh. Äh. Takumi. Takumi kriegt das hin. Okay. Ich weiß, klar. General gepanzerte Einheit. Ähm. Sollte ich nicht zu viel erwarten. Aber der war ja schon gut angeschlagen. Und der gibt halt auch gut Erfahrungspunkte. Deswegen wollte ich gerne vielleicht irgendwem die geben, der sie gebrauchen kann. Aber gut. Takumi nimmt sie bestimmt auch dankend an. So. Ich wollte den General anlocken, ne? Und wir hatten... Habe ich mit Oboro mit irgendjemandem gekämpft, dass die Doppelverteidigung jetzt nicht mehr voll ist? Du hast 35 Angriff. Ich habe 19 Verteidigung. Hm. Habe ich hier? Oboro ist, glaube ich, echt so die Beste, die ich da hinstellen kann. Ist so die Sache. Auch wenn ich gerne darauf verzichten würde, weil sie wahrscheinlich auch guten Schaden bekommen wird. Aber ich glaube, mir bleibt nicht so viel anderes übrig. So. Dann gehe ich vielleicht erstmal so ein bisschen nach rechts zum Boss. Also einmal quasi so gegen den Uhrzeigersinn Richtung Boss. Und dann kann ich mir immer noch überlegen... Hm. Ja, 12 Schaden. Okay. Ob ich dann quasi links noch machen möchte oder nicht. Weil das birgt ja schon immer so ein gewisses Risiko. Ähm. Wenn dann da noch weiterentwickelte Einheiten stehen, dass ich dann vielleicht doch auf die Schnauze bekomme. Jetzt ist meine Doppelverteidigung erstmal wieder voll. Mal gucken. So, du kommst nur bis da. Aber jetzt ist die Doppelverteidigung voll, also schicke ich Oboro mal vor. So, wie ist das hier? Hier ist noch ein Held. Der hat auch einen recht ordentlichen Angriff mit 30. Hm. Ich glaube, ich arbeite mich echt erstmal in diese Richtung vor. Bevor ich da weiter hochgehe. Zack. Packen wir euch mal zusammen. So. So. Ich weiß, es dauert immer so ein bisschen bei mir. Aber das seid ihr ja schon gewohnt. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal eure Meinung schreiben zum Thema Roshido auf schwer, nur auf normal. Wie gesagt, ich glaube wirklich, Noah ist generell schwerer wegen den Missionszielen. Aber ich glaube, sobald du Roshido auf schwer spielst, klar Noah auch, aber es geht jetzt hier um Noah normal und Roshido schwer, hast du halt einfach, ähm, ja, irgendwo, konntest du auf Distanz angreifen? Nein. Dann hast du einfach irgendwie so das Problem, dass einfach so viele Gegner da sind, dass die Schlachten, wie gesagt, sehr langwierig sind und sehr anstrengend. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Deswegen also für mich, ich würde nicht sagen, dass Roshido auf schwer zwingend leichter ist. Durch die überfüllten Maps gleicht sich das irgendwie aus. So, zur Not kann ich Oboro auch noch heilen mit Sakura. Deswegen kann ich da ruhig vorpreschen. Gut. Und was hast du jetzt schon? Level 18? 19? 18. Okay. Es wird. So, Dalle. Jetzt haben wir noch den Held da oben. Den kann ich aber eigentlich auch von hier aus anlocken. Ah, die Sache ist... Hm. Wenn ich mich hierhin stelle, jetzt erstmal, könnte das klappen, dass ich vielleicht an den drankomme mit Hinoka. Sie hat ja eine sehr hohe Reichweite im nächsten Zug. Also ich will ihn nicht unbedingt anlocken. Ich glaube, das könnte nämlich ziemlich wehtun. Ähm. Vielleicht Kayden? Kayden kriegt das besser hin. Okay. So gerne ich anlocke, man muss es ja nicht immer darauf anlegen. Aber die Map hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. War natürlich jetzt auch nicht irgendwas total Specialiges vom Aufbau her. Aber fand ich sehr schön, dass man erst draußen gekämpft ist und dann drinnen. Und auch wirklich so viele Gegner nachgespawnt sind. Das hatte schon irgendwas. Auf jeden Fall. So. Hier haben wir wieder einen General. Was hast du für eine Waffe? Eine Stahllanze. Wenn ich Saizo hierhin stelle, dann sollte das hier eigentlich gehen. So. Azura und Takumi können aufrücken. Ihr könnt aufrücken. Das Positive für mich ist einfach, auch an dieser, nicht an dieser Map, aber an dem, was ich jetzt hier so sehe, dass die Gegner stehen bleiben und mir nicht entgegenkommen in diesen schmalen Gängen. Die kommen, wenn ich sie anlocke, aber ansonsten lassen sie mich in Ruhe. Es ist eigentlich ganz angenehm, dass die nicht alle in Reih und Gliedland da stehen und alle auf mich einprügeln möchten. Aber auch so alles in allem, bislang zumindest, bin ich doch ganz zufrieden mit meiner Leistung auf dieser Map. Doch, doch. Da kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Vor allem die Ich-Rette-Sakura-Formation fand ich supi. So, du bist jetzt noch weiterentwickelt. Und du. So, klar, leichte Erfahrungspunkte, aber hm. Gucken wir erstmal, dass wir uns hier so ein bisschen hinstellen. So. Vor allen Dingen habe ich auch immer so ein bisschen Angst, dass dann vielleicht irgendwann mal ein Gegner kommt, der irgendwie gut critten kann oder so und mir dann fürchterlich wehtut. Ähm. Du kommst bis da nur. Sprich, den Söldner könnte ich eigentlich anlocken, der kann mir ja nicht so viel. So. Seizo. Sakura darf auch nochmal eben heilen. Und ich denke, dann mache ich auch den Boss. Weil da ist jetzt noch ein Berserker und ein General. Klar, gute Erfahrungspunkte. Aber wenn ich sowieso so ein kleines bisschen trainieren möchte, dann denke ich, ist das schon okay, wenn ich die Erfahrungspunkte jetzt mal liegen lasse. So, du kannst noch auf mich zukommen. Und die anderen weiterentwickelten Einheiten können mal dort bleiben. Der letzte Berserker, den wir hatten, der war ja recht leicht zu besiegen, weil er irgendwie eine ziemlich blöde Waffe hatte. Aber mit so einer Stahlaxt müsste ich halt wieder Oboro oder Rinka reinstellen. So. Die Sache ist, der Boss ist so gut wie down. Daniela mit Ragnarök. Ähm, gut, Verteidigung, Resistenz war recht gleich. Ja gut. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Yo. Dann darf Mose den Boss umnieden. Schade, dass ihr bis hierher kamt, nur um von mir abgeschlachtet zu werden. Hast du mal auf die Prognose geguckt? Ich glaube, du hast dich da etwas verrechnet. Also die Drachenadern waren schon echt suppi. Unmöglich. Und, oh, sehr schön. Ein Level-Up für Mose. Hat sie auch schon 17. Also Mose ist langsam so eine richtig gute Einheit. Also sie kann sich schon gut wehren. 25 Züge. Ja. Wir haben es geschafft. Ist es gerade wirklich passiert? Ja, Kamui. Diese Schlacht haben wir gewonnen. Aber denke, dass wir nun in Noor sind. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Kann ich nicht mal eine Minute lang glücklich sein? Natürlich kannst du das. Aber wir spielen auf Zeit. Garon will bald davon hören. Nicht lange und uns sind weitere norische Truppen auf den Fersen. Er hat recht. Wir sollten einen Platz zum Ruhen suchen. Es wird schon bald dunkel. Der Wald in der Nähe bietet Schutz. Was denkst du, Rioma? Ist eine gute Idee. Lass uns in diese Richtung gehen. Ich habe für eben solche Situationen Karten der Umgebung studiert. Folgt mir. Ich kann nicht schlafen. Könnte mein Kopf doch nur einmal Ruhe geben. Was war das? Ah, es ist Azura. Ich frage mich, was sie so spät hier macht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ein Estra saß aus, als würde sie ohnmächtig werden. Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wo ist sie hin? Ich kann ihre Stimme hören. Es klingt so, als würde sie wieder dieses Lied singen. Oh. Ah, da ist sie ja. Ist aber ein bisschen arg kalt, um zu schwimmen. Oh, Kamui. Azura, was machst du hier draußen? Konntest du nicht schlafen? Bist du mir gefolgt? Ich denke schon. Ich habe nur deine Stimme gehört und wollte dich etwas fragen. Ja? Und was? Nun, es hat mit dem Lied zu tun, das du gerade gesungen hast. Ich verstehe. Was kannst du mir darüber sagen? Es scheint, es reagiere jeder anders darauf. Als es zum Beispiel Takumi vorsang, Szena schien es den Zauber zu brechen. Aber als die Soldaten Norses hörten, waren sie wie in Trance. Und Isana kannte einige Passagen davon, obwohl er noch nie zuvor davon gehört hatte. Wie ist das möglich? Das ist, ähm... Verzeih, aber ich würde es vorziehen, wenn wir nicht darüber sprechen. Wirklich? Azura, ich bin es doch. Du kannst mir alles sagen. Du solltest versuchen zu schlafen. Morgen müssen wir früh aufstehen. Bitte lenk nicht ab. Du willst nicht über das Lied reden und ich habe das Gefühl, dass ich dich kaum kenne. Bist du denn nicht einsam? Du weißt, dass wir alle Freunde sind. Wir sind für dich da. Ich bin sorry. Kamui, so einfach ist das nicht. Azura, was ist los? Wie kann ich dir helfen? Nein, Azura! Azura! Was geschieht mit dir? Oh, jetzt geht es mir wieder gut. Verzeih, dass ich dir Sorgen bereitete. Nein. Bitte entschuldige dich nicht. Ich hole jemanden. Kann Sakura dir helfen? Ah. Ich fürchte nein. Was du gerade gesehen hast, sind die Folgen eines Fluches. Truly. Wie auch bei dir fließt besonderes Blut durch meine Adern. Aber es hat seinen Preis. Ich kann aus Freude singen oder jemandem im Kampf helfen, ohne Konsequenzen. Aber wenn ich dieses Lied singe, während ich mein Amulett trage, dann kann ich auf eine mystische Kraft zurückgreifen. Es kann nicht sein. Die Macht, Dämonen auszutreiben. Ah. So was in der Art. Aber im Gegenzug leide ich, wenn ich dieses Lied singe. Es passiert nicht immer sofort, doch geschieht es jedes Mal. Was war das? Warum hast du nichts gesagt? Du hättest nicht unnötig leiden müssen. Nein. Nein. Der Schmerz hält nur kurz an und ich erhole mich stets. Aber. Hör. Kein Aber. Ich habe dieses Lied nur gesungen, wenn es nötig war. Und auch in Zukunft, wenn es vonnöten sein wird, dann singe ich. Die Macht dieses Liedes wird uns den Sieg über König Garon ermöglichen. Ich verstehe. Bitte sorge dich nicht. Auch wenn es reine Folter ist. Der Schmerz lässt nach. Wenn dieses Lied den Krieg beenden kann, dann werde ich es so oft singen wie nötig. Entstanden. In Ordnung. Aber versprich mir, dass du dich niemals selbst damit in Gefahr bringst. Ich weiß nicht, wie du freiwillig dieses Lied ertragen kannst. Ich verspreche es dir. Wenn jeder so ein großes Herz hätte wie du, Kamui, gäbe es keinen Krieg. Vielen Dank, Azura. Verzeiht, dass ich es dir bisher verschwieg, aber ich wollte dich nicht beunruhigen. Werke daran, nicht zu zögern, mich das Lied singen zu lassen, wenn es nötig ist. Huh. Ich meine, sie hat immerhin mal ein bisschen was dazu gesagt. Ich meine, ich kenne ja Noah. Und deswegen weiß ich ja ein bisschen mehr, als Azura jetzt vielleicht zugeben mag. Aber diese Szene, wo sie diese lilafarbenen Stellen am Körper hatte, die kannte ich ja auch noch nicht. Und ist interessant. Es war ja schon klar, sie hat ja für Takumi gesungen und für König Garon. Und sie war jedes Mal danach ziemlich fertig. Das konnte man ja schon beobachten. Aber dass sie uns das jetzt auch direkt mal gesagt hat, das finde ich schon mal nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anhaltspunkt mehr. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.